herr ich mal stecke gerade richtig wenig hier ist auf jeden fall eine treppe die wir uns eingehauen haben in die wand das ob sie anfällt ich glaube dann sind wir hier richtig das können wir auch ich glaube dann müssen hier lang es kann echt eine übelste suche werden und jetzt können wir nur von da kommen weil es nur daher ist kurz die kohle so jetzt müssen die spitze kaputt gehen so das war es dann auch haben wir noch eine ach du scheiße ist ja wieder hier ein riesen kohlefeld oder kohle flüten sage ich mal flüssig sind fachausdruck eigentlich bin ich ja nicht so derjenige der sich so gut fachausdrücke bemerken kann aber irgendwoher wusste ich jetzt dass es flütze ist vielleicht weil da wo ich wohne auch vorher richtig viel kohle abgebaut wurde also im rl ich sag jetzt extra nicht wo ich wohne weil das tut man einfach nicht wenn man lp ein eisen ist darunter gefallen egal man sollte ich gleich wieder sondern jetzt möchte aufpassen euch nicht so ganz viel bock habt darunter zu fliegen wo ist natürlich geil wer da mal hin zu gehen aber erst mal hier ein bisschen sicherer bauen hat man hier eine art plateau so machen wir das mal ok dann geht es da hoch das noch eisen nehmen natürlich auch mit solange nur solange die spitzhacke reicht bei uns reicht nicht der vorrat sondern die spitzhacke ich hoffe dass nichts runter gefallen so und jetzt probiere hier einfach mal nein da ist es dunkel da waren wir noch nicht da so kommen wir da auch nicht her wo da die treppe kenne ich ha hier müsste ja genau dann ist nämlich da vorne warte kurz hier standen die pilze glaube ich wenn nicht ist es auch egal cool dann haben wir ja zurückgefunden hätte ich jetzt gedacht das dauert länger aber anscheinend ist mein orientierung sind doch nicht so ganz verkackt und es hat mir immer noch keiner gesagt wie ich mich in einer höhle orientieren kann ja ja bin ich mal gespannt ob diese spitzhacke noch kaputt geht auf unserer rückreise so die frage ist allerdings noch wo gehen wir jetzt zurück ich glaube da oder hier waren wir schon lange nicht mehr jetzt da ist der ausgang glaube ich hier ist genau die gleiche stelle da oben wie soll man denn da hochkommen ach so nein hä wahrscheinlich in der großen höhle ein anderer ausgang der nein da sind wir doch gerade her gekommen das glaube ich nicht näher jetzt sind wir an der stelle die wir kennen und dann finde ich raus beziehungsweise ich finde nicht raus das ist natürlich ein unterschied obwohl das hier sieht gut aus das sieht irgendwie verkackt aus aber ich weiß warum das da war so wo fließt denn das hin ach du scheiße ich fließt ja bis hier rein krach ach so ähm nochmal kurz am freitag lade ich noch einen part von minecraft hoch das schaffe ich noch aber am wochenende also samstag Samstag Sonntag Montag und Dienstag bin ich nicht da ich kann nicht hochladen das heißt ihr ähm das heißt ihr müsst warten bis äh bis Mittwoch und am Mittwoch lade ich dann ähm fünf Parts hoch das heißt die vier vom Wochenende hole ich danach vom langen Wochenende ja ich mache hier gerade so ein bisschen Höhlenausbau damit man hier besser durchkommt so und da wären wir dann auch schon boah die gehen ja schnell kaputt im Gegensatz zu dem normalen Stein so da wären wir wieder da dann Lauf Forest ah ich krieg nie die andere Tür auch noch auf so erst mal uh ähm ja das war natürlich sehr unnötig hier sind übrigens die ja Latten hier kann man die auch sehen auch ich hab too many items an fällt mir grad auf machen wir es mal aus ich benutze es auch nicht in dieser Welt ähm ja läppisches Lazuliner wieder wieder Gronkh Sprache so was tun wir denn noch da rein Kohle haben wir ja etwas gesammelt hier steht übrigens Tasche das finde ich lustig ähm Silbererz Lecoblet tun wir auch mal da rein nach hier den anderen 64er wollte ich da auch reintun und dann Sand ne Sandstein kann man aber da rein tun und dann machen wir es mal schnell ähm hier Stübchen hm das wusste ich vorher gar nicht ähm machen wir mal so dann so und so und so ja dann haben wir nämlich vier Pilzsuppen kann man die kann man offensichtlich nicht stacken das ist schade aber egal mal und dann tun wir die mal wieder da rein und die auch so Pilze wir haben jetzt ziemlich viel Scheiße drin liegen naja ähm hier rein da sind noch 54 Silberbaren tun wir mal die noch da rein und dann ha jetzt sag ich auch schon Silber wollte ich ja eigentlich nicht aber egal okay so und ich beende die Aufnahme für dieses Mal ciao auf und das ist